Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Matthias Blatzeak Märchen von den Gebrüdern Grimm Der Wolf und der Mensch Der Fuchs erzählte einmal dem Wolf von der Stärke des Menschen. Kein Tier könnte ihm widerstehen und sie müssten List gebrauchen, um sich vor ihm zu erhalten. Da antwortete der Wolf, wenn ich nur einmal einen Menschen zu sehen bekäme, ich wollte doch auf ihn losgehen. Dazu kann ich dir helfen, sprach der Fuchs. Komm nur morgen früh zu mir, so will ich dir einen zeigen. Der Wolf stellte sich frühzeitig ein und der Fuchs brachte ihn hinaus auf den Weg, den der Jäger alle Tage ging. Zuerst kam ein alter, abgedankter Soldat. Ist das ein Mensch? Fragte der Wolf. Nein, antwortete der Fuchs. Das ist einer gewesen. Danach kam ein kleiner Knabe, der zur Schule wollte. Ist das ein Mensch? Nein, das will erst einer werden. Endlich kam der Jäger. Die Doppelflinte auf dem Rücken und den Hirschfänger an der Seite. Sprach der Fuchs zum Wolf. Siehst du, dort kommt ein Mensch, auf den musst du losgehen. Ich aber will mich fort in meine Höhle machen. Der Wolf ging nun auf den Menschen los. Der Jäger, als er ihn erblickte, sprach. Es ist schade, dass ich keine Kugel geladen habe. Legte an und schoss dem Wolf das Schrot ins Gesicht. Der Wolf verzog das Gesicht gewaltig, doch ließ er sich nicht schrecken und ging vorwärts. Da gab ihm der Jäger die zweite Ladung. Der Wolf verbiss den Schmerz und rückte dem Jäger zu Leibe. Da zog dieser seinen blanken Hirschfänger und gab ihm links und rechts ein paar Hiebe, dass er über und überblutend mit Geheul zu dem Fuchs zurücklief. Nun, Bruder Wolf, sprach der Fuchs, wie bist du mit dem Menschen fertig geworden? Ach, antwortete der Wolf, so habe ich mir die Stärke des Menschen nicht vorgestellt. Erst nahm er einen Stock von der Schulter und blies hinein. Da flog mir etwas ins Gesicht, das hat mich ganz entsetzlich gekitzelt. Danach pustete er noch einmal in den Stock. Da flog mir's um die Nase wie Blitz und Hagelwetter. Und wie ich ganz nah war, da zog er eine blanke Rippe aus dem Leib. Damit hat er so auf mich losgeschlagen, dass ich beinahe tot wäre liegen geblieben. Siehst du, sprach der Fuchs, was du für ein Prahlhans bist. Du wirfst das Ball so weit, dass du's nicht wiederholen kannst. Ende von Der Wolf und der Mensch Aufgenommen von Matthias Platzeak Then Melissa Wasser Wasser Vielen Dank.